Guten Morgen liebe Freunde, willkommen zu unserem neuen YouTube Video. Wie man hört, sind wir gerade erst aufgestanden. Momo ist sich gerade fertig machen, er muss gleich arbeiten gehen. Es ist nicht mal 6 Uhr. Heute ist ein ganz ganz wichtiger und besonderer Tag für uns und wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir fahren jetzt gerade in seine Arbeit, damit ich das Auto dann nehmen kann, weil ich es dann brauchen werde. Ja, hast du auch auf der Tat? Wir sind noch ein bisschen müde, aber der Tag hat schon angefangen. Es ist ein ganz großer Tag, inshallah. Da bin ich wieder zuhause. Momo ist schon in der Arbeit. Damit wir es nicht zu spannend machen, heute haben wir unsere islamische Hochzeit. Bugün bis im Imam Nikah. Also wir werden in die Moschee gehen, dort wird uns ein Hochscher verheiraten und danach haben wir eine kleine Feier vor. Also für die, die mit uns dann mit nach Hause kommen wollen, werden wir ein bisschen was herrichten zum Essen und ich werde jetzt die Wohnung ein bisschen aufräumen. Das ist Malika. Malika putzt gerne die Wohnung. Wie ihr sehen könnt, sie macht das sehr schnell. Malika ist sehr brav und sehr sauber. Und Staub saugen kann sie auch. Sehr brav Malika. Sei so wie Malika. Auf jeden Fall, ich habe jetzt die Wohnung sauber gemacht. Ich habe nicht alles mitgefilmt, weil es, ich muss das einfach schnell machen. Ich bin schon ein bisschen spät dran, um ehrlich zu sein. Ich werde eine Freundin abholen gehen. Mit ihr werde ich noch ein paar Sachen erledigen bzw. einkaufen. Also ab jetzt wird es ziemlich stressig. Sie sind gerade beim H&M. Meine Freundin kauft sich eine Hose. Sie probiert sie gerade an. Ich warte auf sie. Das ist mein Outfit. Ich muss mich noch umziehen und mich fertig machen. Passt sie? Ja, das passt. Zeig mal. Zeig mal. Zeig mal von der Seite. Ja, das passt. Nimmst du die? Ja, Leute. Jetzt warten wir wieder auf die Torte. Die nicht kommt. Auf die Torte und die Cupcakes. Und wir haben es eilig, weil wir müssen noch eine Freundin abholen. Da muss sich Momo abholen. Da müssen wir uns fertig machen, Essen vorbereiten und dann zur Moschee fahren. Genau, das ist der Plan. Leute. Da ist unsere Torte. Und da sind die Cupcakes. Die sind von ihr. Also Leute. Wir sind spät dran. Wie immer. Meine Girls. Und jetzt waren wir in der Moschee. Inschallah. 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 Gut, dann beginnen wir alle gute Dinge im Leben mit Bismillahirrahmanirrahim. Und sagst du, ich Mohammed Enes Kalle. Ich Mohammed Enes Kalle. Biete die Ehe. Biete die Ehe. Dir. Malika Sen. Malika Sen. Freiwillig an. Freiwillig an. Hier vor den Zeugen. Hier vor den Zeugen. Und der unter uns. Und der unter uns. Vereinbarten. Vereinbarten. Morgengabe. 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 Und Allah ist der beste Zeuge. Und Allah ist der beste Zeuge. Alhamdulillah. So Schwester Malika sagst du auch Bismillah. Bismillah. Ich Malika Sen. Ich Malika Sen. Ich Malika Sen. Nehme die Ehe. Nehme die Ehe. Nehme die Ehe. Und der unter uns. Vereinbarten. Vereinbarten. Morgengabe. 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 Und Allah ist der beste Zeuge. Und Allah ist der beste Zeuge. Alhamdulillah. Somit ist die Ehe unter euch geschlossen. Genau. Einfach. Zeugen machen. Zeugen kommen auch gleich dran. Nur unterschritten. Alhamdulillah. Nochmal. Alles alles Gute. Alhamdulillah. Alles Gute. Gratuliert. Salam Alikum. Und jetzt seht ihr ein paar Bilder die geschossen wurden von uns. Bitte kommentiert unter diesem Video welches Bild ihr am schönsten findet Leute. Dankeschön. Uffiziell. Verheiratet. Und Geisterfahrer. Scheiss. Leute sorry. Sorry Leute. Wir wollen nicht sterben bitte. Sorry habe ich gesagt. Okay. Erster Tag. Die erste Stunde unserer Ehe. Und der schreibt mich schon ab. Jetzt gehst du in die Küche und machst uns Essen. Beide. Meine Bratgabel. Wir sind verheiratet, islamisch. Nein, das war lustig. Also Leute, das war es mit dem Video und mit dem heutigen Tag. Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren und besonders an meine zwei Freundinnen im Papen und Rad war. Danke an euch. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben und ein Daumen runter und abonnieren nicht vergessen, Leute. Egal, ob es euch gefallen hat. Ciao.